Moin, hier ist Robert und in diesem Video wirst du jetzt erfahren, wie du sympathisch Termine über LinkedIn mit deiner Zielgruppe vereinbaren kannst. Ich werde dir unsere exakte Strategie an die Hand geben und konkrete Beispiele, wie unsere Mentoring-Kunden wirklich bis zu drei Termine pro Tag über LinkedIn charmant vereinbaren. Ich zeige dir ganz genau, worauf es wirklich ankommt und was vor allem die großen Fehler sind, die ganz viele Leute machen, wenn es um das Thema Direktnachrichten auf LinkedIn geht. Wenn sich das spannend anhört, dann sieh dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Wenn es dir gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Like von dir freuen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in das Training rein. Starten wir direkt mit dem Training und die erste Sache, die ich vorweg schicken möchte, ist, dass sich ganz viele Kundinnen und Kunden von uns am Anfang nicht vorstellen können, dass man wirklich sympathisch über LinkedIn Termine vereinbaren kann. Die meisten starten unter die Prämisse, dass man das Ganze wirklich über Content tut und Content ist auch wahnsinnig wichtig auf LinkedIn, damit das Ganze funktioniert. Und entlang der Zusammenarbeit realisieren sie dann unter unserer Anleitung, welche Power eigentlich da drin steckt, wirklich Termine über LinkedIn zu vereinbaren. Und unter anderem mit dem Training, was du hier heute siehst, schaffen wir es wirklich bis zu drei Termine pro Tag sympathisch zu vereinbaren. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass wir wirklich seit 2019 300 Kundinnen und Kunden wirklich begleitet dabei haben, unglaublich viel gelernt haben, was wirklich auf LinkedIn funktioniert und was nicht. Und vor allem, was sich auch richtig anfühlt. Also das, was ich dir jetzt zeigen werde, hat nichts mit irgendwelchen plumpen Copy- und Paste-Nachrichten zu tun oder irgendeinem Bullshit, sondern wirklich, wie kann man Nachrichten finden und Sequenzen aufbauen, mit denen man sich wirklich wohl fühlt und mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommt. Wir werden uns heute wirklich auf einen kleinen Ausschnitt konzentrieren und zwar das Thema wirklich Termine vereinbaren über Direktnachrichten. Du siehst hier unser gesamtes System, was wir uns anschauen, wenn wir unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, wirklich Kunden, zahlende Kunden über LinkedIn zu gewinnen, sich wirklich als Experte zu positionieren, die Zielgruppe zu finden über LinkedIn und sie hinzuzufügen, den richtigen Content zu veröffentlichen, der am Ende wirklich zu Terminen und zu Anfragen führt. Und vor allem helfen wir unseren Kundinnen und Kunden auch dabei, wie man es wirklich schafft, diese Leute dann sympathisch zu zahlenden Kunden in den ersten Telefonaten zu überführen. Auch da helfen wir mit dabei. Aber heute wollen wir uns ganz genau auf das Thema Direktnachrichten konzentrieren. Und als erstes gibt es erstmal ein paar Frameworks bzw. Konzepte, die man verstanden haben muss, wenn man an das Thema Direktnachrichten rangeht. Das erste ist, dass viele Leute unterschätzen, wie man das ganze Thema angeht, weil ich kenne es selbst, ich war immer auf der Suche nach dieser einen magischen Direktnachricht, die ich irgendwie copypasten kann und loslegen kann. Aber wie alles andere ist auch das Thema Direktnachrichten eine Fähigkeit, die man lernen muss. Wie schafft man das jetzt? Es sind drei Faktoren, die unglaublich wichtig sind. Volume, das bedeutet, du musst viele Nachrichten verschicken. Dann die Fähigkeit, wie gut du in der Nachricht bist, Skill. Und dann natürlich Zeit. Über die Zeit, umso häufiger du das tust, umso besser wirst du da drin. Der Punkt ist, die meisten Leute konzentrieren sich nur auf Skill, also nur auf die Fähigkeit und versuchen irgendwie über Nacht wahnsinnig gut zu werden. Das funktioniert natürlich nicht, aber eine Variable, die du unglaublich gut beeinflussen kannst, ist das Thema Volumen. Und ich rede nicht von 100 Nachrichten pro Tag, sondern ich rede wirklich davon, konstant auch wirklich 10 richtig gute Nachrichten mindestens pro Tag zu schreiben, um einfach genug Volumen zu haben und genug Feedback zu haben. Also das bedeutet, auch in der Zusammenarbeit ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass Volumen eine der größten Variablen ist, die du beeinflussen kannst, um einfach schnell zu lernen, schnell Feedback zu bekommen und richtig gut da drin zu werden. Das zweite Feedback, das zweite Framework, was wir immer mitgeben, ist die sogenannte Gebermentalität. Ganz viele Leute haben diese Vorstellung, dass man erst seinen Kunden gefühlt weiterhilft, wenn sie sich für eine Zusammenarbeit entschieden haben und nicht jeder Person. Und das ist ein riesen Trugschluss, weil tatsächlich, als wir auch angefangen haben, umso mehr in unserem Content und jedem wirklich zu helfen, der überhaupt in unserer Welt ist, umso mehr Leute haben sich am Ende auch für eine Zusammenarbeit entschieden. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und du siehst, wir haben zahlreiche Kontaktpunkte, wo man den Leuten wirklich helfen kann. Egal ob in der Begrüßungsnachricht, die du verscheckst, egal in deinen LinkedIn-Beiträgen, wo du den Leuten auch schon konkrete erste Tipps geben kannst, wenn die Leute eine Anfrage dir schicken oder einen Termin, sozusagen du versuchst, sie in einen Termin zu bekommen, kannst du ihnen auch helfen. Bis hin zum Kennenlerngespräch oder Analysegespräch, wenn es zum Beispiel nicht zur Zusammenarbeit kommt, kannst du trotzdem als Sieger rausgehen und dem Gegenüber oder der Gegenüber helfen. Das können Empfehlungen für einen Beitrag sein, das können irgendwelche Reports und Trainings sein, das kann zum Beispiel auch die Herstellung von einem Kontakt in deinem Netzwerk sein oder eine Buchempfehlung. Es können so kleine Sachen sein, aber wichtig ist, gib nicht den Leuten erst, wenn sie sich für eine Zusammenarbeit mit dir entschieden haben, sondern wirklich in jedem Kontaktpunkt. Das nächste Thema, was man verstehen muss, ist das sogenannte Bias Pyramid, also eine Kaufpyramide. Das ist wirklich im Markt, selbst wenn du das perfekte Angebot hast, nur 5% gerade aktiv auf der Suche sind nach dieser Lösung. Und das wirklich 3-6 Monate innerhalb dessen, die meisten Leute eigentlich glauben, so 35%. Was bedeutet das jetzt für dich? Dass egal welche Nachricht du rausschickst, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand direkt dir zusagt und sagt, ich will einen Termin mit dir haben, relativ gering ist bei 5%. Bei 100 Nachrichten, die du verschickst, sind das 5 Leute, die sagen, ja, ich will direkt einen Termin machen. Was du aber nicht unterschätzen darf, sind die 35, die in den nächsten 3-6 Monaten sich bei dir wieder melden werden und mehr über eine Zusammenarbeit mit dir erfahren wollen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, weil du wirst es, wenn du das Spiel langfristig angehst, beobachten, dass die erste Nachricht noch nichts bewirkt hat, aber die Leute plötzlich in 3-6 Monaten bei dir auf der Matte stehen und bist so, wo kommen die her? Weil sie einfach durch diese Pyramide geklettert sind. Das vierte Thema ist, no one wants to be pitched, you hate it, I hate it and prospects hate it. Also das bedeutet, zu pitchen will niemand, fühlt sich nie gut an. Und deshalb haben wir irgendwann die Idee vom Smart Pitching eingeführt. Das bedeutet, plump zu pitchen und diese nervigen Nachrichten kennt jeder von uns gefühlt in der Inbox. Gebe einem wirklich das Gefühl, dass man irgendwie, dass der Gegenüber nicht zuhört und dass du dich null interessierst. Also wenn du irgendwelchen Leuten Copy-Paste-Nachrichten rüberschießt, brauchst du dich nicht wundern, dass das nicht funktioniert und du eher gepostet wirst, was du für ein Mister machst. Und das bedeutet, das ist wirklich Spam und das ist genau das, was wir nicht hinbekommen wollen. Das Einzige, was du sozusagen machen kannst, ist sogenanntes Smart Pitching. Das bedeutet, wirklich aufrichtiges Interesse zeigen. Zeigen, dass du zuhörst, dass du dich beschäftigst mit der Person gegenüber und wirklich Interesse daran hast, mehr über die Person gegenüber zu erfahren. Und das bedeutet am Ende, dass wir nicht in dem Spiel sind, wie gesagt, 100 Copy-Paste-Nachrichten pro Tag irgendwie rauszuballern, sondern dass wir uns vielleicht fünf Leute raussuchen, die wirklich spannend aussehen, wo du dir auch eine Zusammenarbeit vorstellen kannst, recherchieren und dann versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und da gibt es wirklich zwei Bücher, die die absolute Grundlage meiner Meinung nach sind, wenn du das Thema angehst, zum einen How to Win Friends and Influence People, sollte jeder meiner Meinung nach gelesen haben. Oder halt Copywriting Secrets, wo wirklich auch nochmal die besten Tipps drin sind, wenn es um das Thema Copywriting geht. Letztes Framework, was ich dir mitgeben möchte, bevor wir in die konkreten Beispiele reinspringen, ist wirklich, in Temperaturen zu denken. Das bedeutet, wenn du Leute hinzufügst auf LinkedIn, sind die erstmal in diesem blauen Topf, sie sind eiskalt, ja, die haben null Vertrauen zu dir. Wenn sie dann anfangen, deinen Content sozusagen über die Zeit zu sehen und sich mit dir vertraut machen, dann fangen sie an, dich langsam zu mögen, ja. Dann liken sie vielleicht was bei dir, kommentieren was bei dir und dann sind sie plötzlich heiß. Und das sind auch die Leute meistens, die in den Direktnachrichten am besten funktionieren und die sich dann auch häufig für eine Zusammenarbeit entscheiden. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Temperaturen im Hinterkopf zu behalten, weil umso kälter es wird, umso schwieriger wird es, diese Leute überhaupt in den Terminen zu bekommen. Und selbst wenn du sie in einen Termin bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir geben unseren Kundinnen und Kunden eigentlich vier Strategien an die Hand, die dafür sorgen, dass du wirklich drei Termine pro Tag vereinbaren kannst. Und das Wichtige daran ist, dass es halt keine eine magische Nachricht gibt, die funktioniert, sondern dass wir immer individuelle Nachrichten gemeinsam entwickeln und dass das aber reicht, wenn du eine der Strategien wirklich meisterst. Wir sind gestartet mit, wirklich kalte Kontakte anzuschreiben. Wirklich eine super simple Nachricht siehst du hier. Hey, Kontakt, du bist hoffentlich gut in die Woche gestartet, bin gerade nochmal auf dein Profil gestoßen und fand es erneut interessant, was ich dort über dich gelesen habe. Wird mich freuen, dich besser kennenzulernen und mehr über deine beruflichen Ambitionen zu erfahren. Ja, gerne würde ich auch mit dir darüber sprechen, wie du dich persönlich und beruflich weiterentwickeln kannst. Vielleicht telefonieren wir die Tage einfach mal. Relativ simpel, unverfänglich, funktioniert zu 100%. Immer mit einer gewissen Quote natürlich. Wenn du jetzt wirklich das Kontakten spickst, die eiskalt sind, die noch nie was von dir vorher groß gehört haben, kriegst du wahrscheinlich 5 bis 10% in einen Termin. Das große Problem war daran, was wir irgendwann festgestellt haben, dass wir die Leute zwar einen Termin bekommen, aber die selten zu einer Kundin oder einem Kunden war, weil kein Vertrauen da ist. Das bedeutet, das ist so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bringt relativ wenig. Und jetzt wird es spannend, weil dadurch ist irgendwann die Idee für unsere Kernstrategie Nummer 1 entstanden, dass wir angefangen haben, in Temperaturen zu denken. Hier siehst du ein schönes Beispiel und zwar gehen wir Leute an, die mit unserem Content interagiert haben. Schönes Beispiel siehst du hier. Sophia, vielen Dank für deinen Like unter meinem Beitrag. Habe mich gerade noch mal schlau gemacht. Hast du Lust, mal mit meinem Mitarbeiter über deine Strategie auf LinkedIn zu quatschen? Hey Robert, können wir gerne machen. Nächste Woche würde es mir am besten am Dienstag passen. Sag mir Bescheid, ob das auch für dein Team passt. Fertig. Was siehst du jetzt? Die Nachricht ist nicht verdammt magisch an dieser Stelle. Sie ist charmant formuliert. Es geht darum, dass der Gegenüber einen Vorteil aus dem Telefonat hat. Also wirklich die Strategie auf LinkedIn. Er hat etwas davon. Und du siehst, dass da schon ein Grundvertrauen da war, weil Sophia mit meinem Content interagiert hat. Und das ist tatsächlich unsere Kernstrategie Nummer 1, die auch bei jedem unserer Kundinnen und Kunden sozusagen funktioniert. Und deshalb ist das Thema Content auf LinkedIn auch so immens wichtig, weil du darüber Vertrauen aufbaust. Das ist so entscheidend. Was man noch machen kann, ist der sogenannte Visitor Rebound. Also Leute, die dein Profil besucht haben. Einfaches Beispiel, Kernstrategie Nummer 2 von all unseren Kundinnen und Kunden ist, habe mich gerade noch mal ein wenig schlau gemacht und mir dein Profil angeschaut. Spannender Weg bisher. Hast du Lust, mal mit meiner Mitarbeiter, mit meinem Mitarbeiter über deine Strategie auf LinkedIn zu quatschen? Hey Robert, nächste Woche klingt gut. Hier ist meine Telefonnummer. Melde dich. Auch relativ simpel. Ich habe mir natürlich angeguckt, wer auf meinem Profil unterwegs ist. Habe mir ganz genau angeguckt, ob diese Person auch interessant ist für eine Zusammenarbeit. Das bedeutet, es geht wie gesagt nicht darum, das Ding 40, 50 Mal pro Tag zu verschicken, sondern wirklich eine Handvoll von Leuten und fertig. Alleine diese zwei Strategien können dafür sorgen, dass dein Kalender wirklich jede Woche voll ist, wenn du den richtigen Content machst und wenn du dein Profil richtig eingerichtet hast. Was du noch machen kannst, ist die sogenannte Begrüßungsnachricht. Und das ist wirklich die erste Nachricht, die wir verschicken, wenn man sich vernetzt hat. Und das Verrückte ist, dass diese Nachricht auch manchmal alleine reicht, um die Leute wirklich in ein Gespräch zu bekommen. Schönes Beispiel hier. Wirklich und das ist das, was ich in der Begrüßungsnachricht nutze. Lass mich gerne wissen, wenn du Fragen zu LinkedIn-Marketing oder Social Selling hast, um das Gespräch ein Stück weit zu eröffnen. Gutes Beispiel von Michael. Hey Robert, wir sind gerade mit unserer Firma interessiert an Lead-Generierung über LinkedIn. Wann hast du Zeitlust für einen ersten Call? Hätte ich keine Nachricht geschickt, hätte er sich wahrscheinlich nicht gemeldet. So, dass ich das Gespräch eröffnet habe, hat das gereicht, dass er sagt, wann hast du Zeit, darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass dir diese Folge dabei geholfen hat, zu verstehen, wie du wirklich sympathisch Termine über LinkedIn vereinbaren kannst. Mir war ganz wichtig, dir zu zeigen, wie wichtig auch gerade die Temperaturen dabei sind und dass man wirklich einen systematischen Prozess dafür hat. Wenn du dabei Unterstützung suchst und wirklich nach jemandem suchst, der dir dabei hilft, wirklich den richtigen Content zu entwickeln für LinkedIn und vor allem diesen Content in Termine umzuwandeln und in zahlende Kunden, dann lass uns gerne mal unverbindlich sprechen. Geh dazu einfach auf leadersmedia.de, buch dir einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch, wo wir uns genau anschauen können, was du heute vielleicht schon auf LinkedIn machst, was du vorhast und wie wir dich vielleicht dabei unterstützen können, wirklich bis zu drei Termine sympathisch über diese Plattform zu vereinbaren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über einen Like freuen, um den Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema Direktnachrichten hast, auflinkt ihn gerne unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.